hallo meine liebe community ich möchte euch informieren dass sich die videos mit den tendenzen für die zwölf sternzeichen im august um einige tage verspäten die corona sommerwelle hat mich erwischt und ich war jetzt eine woche krank aber jetzt geht es mir wieder besser ich muss noch einiges an texten schreiben und vorbereiten und das soll dann montag fertig werden dienstag können wir aufzeichnen und mittwoch sollen die videos dann online gehen so lang bitte ich euch noch um geduld lasst es euch gut gehen und bleibt gesund